Was das Biotic Mundwasser kann und wie es dir hilft, gegen Mundgeruch zu kämpfen, das erfährst du im folgenden Video. Das Biotic Mundwasser ist die optimale Ergänzung zu der Biotic Zahnpasta. Und wie ich schon gesagt habe, das ist eine ganz, ganz besondere Linie, weil das ist eine probiotische Linie. Das heißt, es ist auch ein probiotisches Mundwasser. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, warum und was ist das Besondere daran? Das Besondere ist, dass wir hier die Mundflora nähern. Das heißt, wir unterstützen die guten Bakterien im Mund, damit eine gesunde Mundflora da ist. Denn eine gesunde Mundflora ist wichtig, damit die Schleimhaut intakt ist. Aber es ist besonders wichtig, damit wir keinen Mundgeruch haben, damit sich keine schlechten Bakterien etablieren, damit keine Pilzerkrankungen kommen. Und ich weiß nicht, welches Mundwasser ihr vielleicht benutzt. Aber ich habe früher in der Vergangenheit oft gemerkt, dass wenn Patienten zu mir gekommen sind, die zum Beispiel eine Pilzerkrankung hatten, dass das solche waren, die zum Beispiel sehr, sehr lange Mundwasser verwendet haben, aber ein sehr aggressives Mundwasser verwendet haben. Und es gibt eben viele Mundwässer, die alleine schon durch ihren Geschmack eben sehr, sehr scharf sind und sehr aggressiv sind. Und dadurch nicht nur die guten, sondern eben auch, also nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Bakterien abtöten. Und dadurch macht man eben auch Platz für solche Erkrankungen wie Pilze oder man macht Platz für die schlechten Bakterien. Und Pilze können sich ja nur dann vermehren, wenn das das Flora gestört ist. Das heißt, dann haben sie die Chance, quasi sich ihr eigenes Plätzchen zu suchen im Mund und sich zu vermehren. Und das passiert immer dann, wenn quasi das Mundflora gestört ist. Das bedeutet, wenn ihr zu Hause ein Mundwasser verwendet, was vielleicht sehr aggressiv ist, gerade vielleicht, weil ihr Mundgeruch habt und gerade vielleicht, weil ihr denkt, ich muss jetzt hier mit dem schärfsten Mundwasser dagegen kämpfen und trotzdem werdet ihr euren Mundgeruch nicht los, dann ist vielleicht gerade das das Problem. Probiert das Mundwasser, weil ihr werdet hier sehen, durch den speziellen Wirkstoff Symmre Bot ist dieses Biotic Mundwasser besonders dafür konzipiert, dass wir die Verhältnisse, dass die Mundflora wieder gesund machen, dass wir die gesunden Bakterien nähern durch den Marken Wirkstoff Symmre Bot, durch diesen probiotischen Wirkstoff und dadurch machen wir quasi, dass die Mundflora so stark und so intakt, dass die schlechten Bakterien, die Mundgeruch verursachen oder auch die Pilze, die sich etablieren wollen, dass die gar keine Chance haben und so werdet ihr automatisch wieder eine gesunde Mundflora bekommen und Probleme wie Mundgeruch werden dann der Vergangenheit angehören. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unser Kanal.